Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Dienstag, den 12. Februar. Heute haben wir dabei Gmail, UEFA, Russland, Amazon und LinkedIn. Beginnen tun wir mit Gmail. Der Mail-Dienst von Google, der hat jetzt, oder bekommt jetzt, eventuell habt ihr schon, ein Kontextmenü. Ja, eigentlich kein Riesending, das haben andere Web-Mailer schon seit Jahren, aber jetzt hat auch Gmail es endlich bekommen. Es gibt keine neuen Funktionen, aber ihr könnt einfach einen Rechtsklick machen, wenn ihr in Gmail seid und dann habt ihr Zugriff auf direkte Funktionen, wie beispielsweise das Labeling, das Löschen von Mails, Mails nochmal als nicht gelesen markieren und so weiter. Also, probiert es aus, ich freue mich da sehr drüber, weil ich ja treuer Gmail-Nutzer bin. Nächstes Thema, die UEFA, also hier Fußball-UEFA, Union of European Football Association, um genau zu sein, die planen einen eigenen Kanal namens UEFA-TV. Der soll bereits im Sommer 2019 an den Start gehen und soll sich dabei nicht um einen TV-Sender handeln, wie der Name vermuten lässt, der übrigens ein Arbeitstitel ist, sondern um ein Streaming-Angebot. Als ob wir nicht noch auf ein Streaming-Angebot gewartet hätten. Also will auch die UEFA was vom Streaming-Kuchen. Ja, aber so einfach ist das nicht. Die TV-Rechte sind ja durchaus erstmal vergeben. Und die UEFA möchte mit dem Streaming-Angebot wohl auch eher Länder erreichen, die bislang eben nicht so mit der Champions League und den UEFA-Spielen, die es sonst noch so gibt, versorgt worden sind und die eigentlich brach liegen. Und entsprechend halt, ja, wo Geld geholt werden kann. Aber um dann, ja, einfach weltweit da auch in den Start zu gehen, da muss man wohl noch warten bis 2021, dass man halt auch an Highlights der aktuellen Champions League kommt und das vielleicht auch hier im europäischen Markt vermarkten könnte. Also große Pläne. Am Ende des Tages verwundert es einen dann auch nicht mehr. Und mal sehen, wie sich das so entwickelt. Was sich auf jeden Fall auch, ja, am entwickeln ist, ist, wie Russland mit dem Internet umgeht. Die haben letztes Jahr das Digital Economy National Program eingeführt und unter anderem arbeiten die an einem Kill-Switch für das Internet. Was bedeutet das? Ganz einfach. Die können einen Schalter umlegen und trennen dann das komplette Land vom Internet. Ganz einfach. Ja, das Ganze läuft dann, weil halt der gesamte Web-Traffic für Russland über konkrete russische ISPs und Routing-Points geleitet werden, die dann auch das Domain-Name-System kopieren, damit halt alles weiterhin läuft, aber dadurch entsprechend halt dann auch abschaltbar sind. Ja, ob das gut ist oder nicht, mag man ja so oder so sehen. Auf jeden Fall verspricht sich Russland damit etwas mehr Sicherheit vor einer Cyber-Attacke aus dem Ausland. Gucken wir mal, was daraus wird. Was auf jeden Fall auch keine große Überraschung ist, aber man hätte es jetzt unbedingt nicht erwartet, aber generell macht es total Sinn. Amazon hat eingekauft und zwar das Start-up Aero. Und was macht Aero? Die machen Router, Mesh-Router. Da hatten wir ja auch letztens noch eine Geek-Talk-Sonderfolge zum Thema Mesh mit den Kollegen von der Fritzbox. Aber das Start-up macht entsprechend Mesh-Router und Amazon hat die jetzt gekauft. Die sind fünf Jahre alt und es macht, wie gesagt, absolut Sinn. Amazon kann die Produkte rebranden unter Amazon und sich so noch mehr in Richtung Smartphone platzieren, wo natürlich die Alexa ein großer Punkt ist, dass man die entsprechend in dem Smart Home etabliert als Dreh- und Angelpunkt. Und da ist dann ein Router natürlich auf jeden Fall eine sinnige Erweiterung. Das größte Thema aber für heute ist LinkedIn. Denn LinkedIn hat nun bekannt gegeben, dass Video das am schnellsten wachsendste Format auf ihrer Plattform ist. Ist jetzt auch kein großes Kunststück, wenn es auch relativ neu ist und generell natürlich ein interessantes Format. Ja, und was ist der nächste konsequente Schritt, nachdem es Video auf LinkedIn gibt? Genau. Broadcasting, Streaming. Also LinkedIn will jetzt auch, dass ihr selber eure Videos live online stellt und dementsprechend heißt das Ding auch LinkedIn live. Das Ganze launcht in einer Beta in den USA erst mal und ist auf Einladung nur verfügbar, soll aber wohl in den folgenden Wochen auch mit so einem Formular aufwarten, wo man sich anmelden kann, damit man es ausprobieren darf. Und wann es dann entsprechend generell ausgerollt wird oder auch speziell bei uns hier in Europa beziehungsweise Deutschland, das steht jetzt noch in den Sternen. Aber ich glaube, nach der Erfahrung der letzten Jahre bei LinkedIn ist das eher schneller als langsamer bei denen der Fall. Und von daher richtet euch mal auf diverse Livestreams aus dem Business-Kontext an, wenn ihr bei LinkedIn seid. Und ja, das war's für heute schon. Ich wünsche euch einen tollen Dienstag. Kommt gut in den Tag. Bleibt positiv. Und morgen wird euch dann hoffentlich der Martin mit News versorgen. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.